Salud und damit herzlich willkommen bei dem nächsten epischen Showdown hier bei eurem General Riki. Heute zocken wir mit dem Panzergeneral gegen Mephi mit dem Nuklearwaffengeneral, Mistress mit dem Laserwaffengeneral, Viking mit dem TNT-General und gegen Ghostie mit dem Nuklearwaffengeneral. Und ich bin gespannt, ob wir hier dominieren können. Wir spielen auf dieser Fünf-Spieler-Karte. Jeder gegen jeden. Zehn Minuten Cooldown, eine Superwaffe ist erlaubt. Let's go, ich bin da. Ich bin bereit für die Action. Wir haben gleich mal eine Geldkiste. Nom, nom, nom. Komm, beeilt euch. Ah, neuen kleinen Sammeltruck. Jo, haben wir noch einen kleinen Sammler raus. Go, go, go. Einmal anklicken und bestätigen, dass du da sammeln sollst. Jetzt gehen wir direkt erstmal auf unsere Kaserne. Muss uns ein bisschen sputen. Schnell, schnell, schnell. Rot-Guard ist ein paar Panzerjäger. Direkt zehn Stück. Wir werden nämlich gleich noch ein paar Bunker hochziehen. Damit wir uns ein bisschen sicherer fühlen. Und die Waffenfabrik, raus damit. Haben wir da leckeres drin. Na, schnuppern wir mal. Hm, 1000 Ocken. Waffenfabrik holen wir erstmal einen Bulldozer raus. Ein paar Battlemaster. Ein paar Gettling-Panzer. Und natürlich auch ein paar Flammenpanzer. Ein paar Drachenpanzer. Kann nicht schaden. Haben wir denn hier leckeres. Da unten haben wir noch ein Sammellager, okay. Hm. Die Mitte sieht eigentlich auch schmackhaft aus. Wollen wir mal versuchen, die Mitte zu erobern. Komm, wir machen das. Ab durch die Mitte. Noch ein Kraftwerk. Hier können wir natürlich direkt mit einem Wegpunkt bestimmen, wo die hinfahren nach der Produktion. Ein Bunker hier unten noch mit rein. Ich hätte gern jetzt direkt die Propaganda-Zentrale. Wir gehen direkt auf Technik. Hier oben haben wir einen kleinen Hafen. Schauen wir uns gleich mal im Licht an. Und eine Gettling-Kanone. Wenn du dich jetzt fragst, was ist denn das für ein Spiel? Was spielen wir hier eigentlich? Das ist im Herzen Alarmstufe Rot 3. Also Command & Conquer. Alarmstufe Rot 3. Mit der Modifikation Generous Evolution. Oh, hier ist schon jemand in der Mitte. Das ist nicht dein Ernst. Und bei Generous Evolution hast du quasi die Command & Conquer Generous Zero Hour Generale hiermit implementiert. Und vom Gameplay, vom Stil her, bleibt es natürlich im Herzen Alarmstufe Rot 3. Aber es wurde bestmöglich umgesetzt, hier auch ein generelles Feeling zu erzeugen. Und ich finde mit dieser Grafik, mit diesen Einheiten, mit diesem Gameplay, schafft es das unglaublich gut. Und es macht so viel Spaß. Jeder von euch, der Bock hat, kann sehr, sehr gerne kostenlos unserem Discord-Server beitreten. Den Link findet ihr auch in meinem Linktree oder auf meiner Webseite www.digitalomon.com Da ist alles vereint. Da findet ihr auch meine Livestreams. Da findet ihr all meine Social Media Kanäle. Da findet ihr alles, was das Herz begehrt. Wer jetzt sagt, ey Mensch, dieses Video hier auf YouTube reicht mir nicht. Ricky, ich brauche die volle Dröhnung. Ich brauche die doppelte Dosis. Die könnt ihr euch auf jeden Fall gönnen. Wenn ich produziere Content am laufenden Band. So, wie ihr steht fest. Ja, also, ihr habt wirklich richtig viel zum Anschauen. Würde mich wundern, wenn du es schaffst, dir alles reinzupfeifen, was ich so rausschmeiße. Denn das ist wirklich eine ganze, ganze Menge. Wir gehen direkt aufs Flugfeld. Und warum mache ich das eigentlich? Die Frage wird mir nicht oft gestellt. Aber diese Frage möchte ich dir hier beantworten. Weil es ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist. Also, es ist eigentlich der wichtigste Punkt. Warum mache ich das Ganze hier? Ich möchte das Echtzeitstrategie-Genre wieder richtig groß machen und zum Leben erwecken. Und das schaffe ich nur, wenn du und deine Freunde, wenn du und deine Bekannten, Wenn du und deine Zockerkollegen, alle mit an diesem Strang ziehen. Ich appelliere also nicht nur an dich, sondern auch an deine Freunde und an deine Bekannten. An jeden, der damals Command & Conquer Tiberium Konflikt, Alarmstufe Rot, Alarmstufe Rot 2, Tiberian Sun, Und, 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 alles gezockt hat und ihr sagt, ey Mensch, Ricky, ich hab grad die absolute nostalgische Liebe. Diese entfachst du wieder bei mir. Und das ist eine Nachricht, die ich immer wieder bekomme. Und auf was ich hinaus will, lange Rede, gar kein Sinn. Ich möchte das Echtzeitstrategie-Genre wieder richtig groß machen. Und ich möchte den Indie-Entwicklern oder auch gern den AAA-Entwicklern da draußen, allen Spieleentwicklern dieser Welt, möchte ich zeigen, dass dieses Genre eine wunderbare, riesengroße, sympathische Community hat, die auf Nachschub zu dieser modernen Zeit wartet. Und das bekomme ich von euch von allen Seiten unterstrichen, diese Aussage. Wir wollen Nachschub. Und das funktioniert nur, wenn wir richtig Welle machen. Welle nicht nur auf YouTube, sondern Welle auch in meinen Livestreams. Welle auf allen Social-Media-Kanälen. So, dass die Indie-Entwickler sehen, ey, warte mal, guck mal, was dieser Typ da macht. Was ist denn das für eine Community? Was geht denn da ab? Hey, vielleicht wäre es jetzt wirklich an der Zeit wieder ein Echtzeitstrategie-Spiel in dem Stil von Command & Conquer zu entwickeln und rauszuhauen. Lasst uns das machen, lasst uns diesen Weg gemeinsam bestreiten. Let's go. Ich hab richtig Bock drauf. Gucken wir mal schon richtig schöne Imperors. Ja. Gatling Cannon. Let's go, Baby. Wollt ihr noch eine? Oder was wollt ihr? Das ist der Overlord. Speaker. Speaker Tower haben wir schon drauf. Let's go. Und diese Modifikation heißt Generous Evolution. Die befindet sich in der Entwicklung. Seit längerem Zeitraum ist leider noch nichts weiterhin passiert, weil der Entwickler im Privatleben einige sehr, sehr schwerwiegende Herausforderungen hatte, leider. Ich wünsche ihm vom ganzen Herzen nur das Beste. Und ich hoffe, dass diese Modifikation noch weiterentwickelt wird. Ich werde demnächst Kontakt zu dem Entwickler aufnehmen. Ich werde mal fragen, wie es läuft, wie es aussieht, ob man irgendwie helfen und unterstützen kann. Das liegt mir nämlich wirklich am Herzen, weil diese Modifikation hier ist für mich ein modernes Command & Conquer Generous. Und ich warte auf ein modernes Command & Conquer Generous. Und ich glaube, wir alle warten auf ein modernes Echtzeitstrategiespiel, was im Herzen, wie unser Command & Conquer Generous aussieht und sich spielt. Ich habe in letzter Zeit viele Umfragen gemacht. Ich habe euch gefragt, ey Mensch, welches Command & Conquer ist euer Lieblingsspiel? Und da ist Generous bzw. Zero Hour ganz, ganz weit vorne mit dabei. Und wir brauchen neue Games in dieser Nische. Das ist ganz, ganz klar. Und mittlerweile, ich mache das Ganze nicht seit gestern, mittlerweile haben wir fast 55.000 Follower auf allen Plattformen gemeinsam. Und das ist schon eine Hausnummer. Und mit dieser Hausnummer kann ich argumentieren. Und da werden die Entwickler hellhörig, gucken sich das an. Und wenn wir dann richtig präsent sind und Welle machen, dann können wir richtig was reißen. Das verspreche ich euch. Ich spreche aus Erfahrung. Also lasst uns das machen, lasst uns das angehen. Wir holen mal noch zwei Bullys raus. Wir brauchen eine zweite Bauleiste. Ein paar Panzerjäger. Ein paar Webzentren. Oh, hier oben an der Ecke. Hier stellen wir erstmal noch eine Kommandozentrale auf. Da können wir unseren Bauradius erweitern. Das brauchen wir jetzt. Theoretisch können wir hier noch eine hinstellen. Oh, wie schön das aussieht, grafisch. Einfach richtig, richtig schick. Sehr schön. Wir können mal ein paar Upgrades pushen. Den Autolader haben wir schon durchgeladen. Gatling Guns und schwarzes Napalm. Auch schon alles mit am Start. Sehr gut. Und wir spielen nicht nur Multiplayer-Action. Ne. Wir spielen auch die ganzen Kampagnen von den Command & Conquer Spielen auf schwer. Also wenn du Bock drauf hast, sei gerne live im Stream mit dabei. Den Streamplan findest du auf Twitch unter Zeitplan oder auch auf unserem Discord-Server oder auch auf unserer Webseite oder auch auf den jeweiligen Social-Media-Plattformen, wenn es eine Möglichkeit für einen Banner gibt. Wie zum Beispiel bei YouTube. Das solltest du direkt im Banner sehen auf meinem Kanal, wann ich immer live bin. Rein mit unseren Panzerjägern in den Bunker. Das wird ein richtig wildes Gemetzel hier. Cooldown ist vorbei, würde ich sagen, oder? Kämpft! Jetzt geht's ab. Jetzt geht's richtig ab. Alle Bunker sind voll. Das gefällt mir. Mix machen wir mal sieben und acht. Sehr schön. Und wir brauchen mehr Kohle. Ganz, ganz viel Kohle brauchen wir. Und ganz, ganz viel Energie. Aber Panzer brauchen wir noch mehr. So ein paar Outposts. Jetzt holen wir noch ein paar Gatling-Panzer und Temperors. Ohne Ende. Sieht gut aus. Mehr Energie. Und vor allen Dingen noch ein paar Abwehrstellungen. Hier unten bei unserer Armee gibt's natürlich auch ein paar Propagandatürme mit rein. Sehr gut. Oh, da feuert einer mit seinem Artillerie. Und unten links seht ihr schon... ...Atomrakete abgefeuert. Von blau. Wo ballerst du hin? Und wir werden angegriffen. Wir werden direkt angegriffen. Wir müssen abwehren. Die Atomrakete geht nicht bei uns rein. Ist in Ordnung. Und jetzt müssen wir runter. Viking wird richtig frech. Jetzt brauchen wir Einheiten ohne Ende. Los geht's. Mix. Overlords. Overlords. Imperors. Gatling-Panzer. All in. Greift an. Ansonsten werden wir niedergerungen. Guckt euch dieses Effektfeuerwerk an. Unglaublich wild. Vorrücken. Los, los, los. Wehrt ihn ab. Sehr gut gemacht. Das ist eine neue Einheit des TNT-Generals. Kadjusha heißen die. Der TNT-General hat nämlich keinen klassischen Skat, sondern die Kajushkas. Angriff. Flak-Panzer. Muss man aufpassen. Von hier machen wir erstmal dicht. Und hier unten brauchen wir erstmal wieder ein neues Supply-Center. Warum ist meine Rakete so schwarz? Ist sie ausgeknipst? Haben sie mir die deaktiviert? Mh-Mh. Na, okay. Wir rücken vor mit zehn furchteinflößenden Impero-Panzern. Los geht's. Wir hobern hier die Öli zurück. Jawohl. Rückt vor. Die sichern wir uns. Jawohl. So muss das aussehen. Oh, es ist direkt sein Stützpunkt. Wow, 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 wow. Sehr unangenehm. Wo ist unser Inji? Lass mal Inji ausbilden. Die Öli unten, aber bauen wir uns. Die brauchen wir. Mehr Kohle, Kohle, Kohle. No System ist safe. No System ist safe. Rein da. Theoretisch könnten wir da natürlich auch eine Kommandozentrale hinstellen. Bau-Radius wird weiterhin vergrößert. Dann können wir direkt in seine Basis. Oh, jetzt wird er frech. Jetzt wird er frech. Angriff. Runter hier. Deine Raketen-Buggies. Naja, du willst mit Micromanagement spielen? Na gut, komm her. Aus mit der Waffenfabrik. Aus mit der Kaserne. Eine Respekt-Schelle nennt man sowas, wo ich herkomme. Rückzug. Haben wir noch ein paar Mix. Wir haben noch ein paar Mix. Bauen wir direkt nach. Runter hier. Angriff und aufteilen. Sehr schön. Was haben wir denn für Beförderungspunkte? Minen. Nukleargeschütze. Boost. Und Artillerie. Nehme ich. Nehme ich alles. Hier schmeißen wir Minen hin. Na, ihm schmeckt unsere Kommandozentrale überhaupt nicht. Da kommen unsere Minen. Wäre schön, dass wir richtig close. Sie liegen. Was wurde mit unserer Atomrakete gemacht? Verstehe ich gerade noch nicht so richtig. Aber es hat funktioniert. Jetzt bauen wir hier unsere Gatlinge rein. Jawohl. Nächste Waffenfabrik kommt. So kann das aussehen mit vier Kommandozentralen. Da baut man einfach mal vier Gebäude gleichzeitig. Hier unten müssten wir die eigentlich stehen lassen. Oh, jetzt kommt die nächste Armee. Wer ist das? Angriff. Offensiv. Rauf hier. Los geht's. Welcher Gegner kommt hier mit so vielen Imperors? Das ist Ghosty. Das ist Ghosty. Ghosty strotzt und protzt mit Imperors. Ohne Ende. Smackt sie raus. Komm schon. Erst den Rechten, jetzt den Linken. Jetzt hinten rechts. Der ist befördert. Der muss weg. Ja, schön. Und wir werden oben angegriffen. Da kommt die nächste Armee. Wir müssen hoch. Wir müssen unsere Armee aufteilen. Wir brauchen mehr Einheiten. Und zwar ganz, ganz schnell. Fördert euch. Jetzt nehmen sie uns in die Mangel. Hier unten. Ihr bleibt unten. Komm her. Wir brauchen Abwehrstellungen. Ne, ne, ne. So schnell brächt ihr hier nicht durch. Atomrakete kommt. Ich hoffe nicht bei uns direkt auf den Deckel. Sonst wird's kritisch. Wir sind befördert. Wir nehmen. Jawohl. Wir nehmen den Bombenteppich. Wir werden hier richtig schön ab. Da kommt der A10. Oh, voll rein. Okay, die setzen uns richtig unter Druck. Das heißt, wir müssen vorrücken. Wir müssen Druck machen. Wir müssen hier rein jetzt. Let's go. Komm. Wir müssen sie richtig unter Druck setzen. Ansonsten wird das hier eine richtig unangenehme Sache. Unten ist er durchgebrochen. Hier ging die Atomrakete rein. Ach, du Schander. Wir haben nicht mehr viel Kohle. Wir haben nur noch zwei Kommandozentralen. Müssen wir jetzt rüber. Und die Amphys sind natürlich richtig gefährlich. Kommt er mit Raketenmännern. Dann werden unsere Einheiten sehr, sehr gut ab. Keine Chance. Unsere Armee ist Staub und Asche. Bomben-Teppich rein hier. Artillerie. Rein hier aufs Flugfeld. Jetzt müssen wir Einheiten nachbauen. Unser Atomraketen-Silo haben sie wieder rausgesnackt. Wir müssen unten verteidigen. Flugzeug abgewehrt, aber Artillerie muss reinkommen. Jawohl. Sehr gut. Und wir werden niedergerungen. Das werde ich wahrscheinlich jetzt nicht gehalten bekommen. Die haben sich richtig auf mich eingeschossen, die beiden. Jetzt kommt er mit Comanjis. Jetzt kommt er mit allem. Sehr schön, sehr schön. Unsere Mix machen richtig Palermo. Klasse, wir haben keine Kohle mehr. Wir brauchen mehr Webzentren. Und zwar ganz, ganz schnell. Und hier unten der Overlord. Der muss endlich rausgenommen werden. Kommt schon, kommt schon, kommt schon, kommt schon. Sehr schön. Und wir müssen wieder alle nach oben. Denn hier oben überrennen sie uns. Kommt schon, macht sie platt. Los, 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 los. Ja, bollert, kommt schon, wehrt sie ab. Los. Schön, 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 schön. Greift an, greift an. Volle Offensive. Da kommt die Mutter aller Bomben, oder was ist das? Was hast du vor? Bombenteppich. Okay, wir müssen jetzt angreifen. Wir müssen jetzt auf jeden Fall nach links. Wir müssen das machen. Feuersturm, Angriff. Wir müssen mehr auf Kohle gehen. Kohle, Kohle, Kohle. Hoffentlich greift jetzt keiner von unten an. Ansonsten war es das für uns. Wir baut jetzt natürlich Abwehrstellungen auf ohne Ende. Kommt unser Napalm-Angriff. Der macht hier ordentlich Damage. Sehr gut. Weiter rein hier. Das hat er nämlich alles verheizt. Es muss auch mit dem Echo klarkommen. Und da kommt ein gewaltiges Echo von euch. Das ist von uns. Nicht von euch, von uns. Das ist mein Echo. Wir bilden weiter Soldaten aus. Panzer, alles drum und dran. Webzentren stehen auch gleich noch ein paar. Und direkt noch mehr. Los, 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 los. Und rein hier. Kommandozentrale muss raus. Sehr gut. Kraftwerke müssen raus. Jawohl. Wir rasieren jetzt gegen den Strich. Und hoffen, dass unten kein Angriff mehr kommt. Sehr gut. Offensiv, aggressiv. Los geht's. Paladin nehmen wir natürlich raus. Der hat 10. Oh, der tat weh. Autsch. Aber wir lassen uns jetzt nicht mehr aufhalten. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Jawohl, befördere dich. General, our base is under attack. Hier kommt der nächste Angriff. Wir müssen runter. Wir müssen Ghostie abwehren. Er muss über die Mitte kommen. Andere Möglichkeit gibt es nicht. Er ist eigentlich ganz rechts, ganz links in der Ecke hat er seinen Stützpunkt. Und wie bekommt er hier die Einheiten hingefahren? Das frage ich mich wirklich. Ihr beiden macht hier weiterhin Alarm. Das ist High Adrenalin Gameplay. Kommt schon, runter mit euch. Angriff, Angriff. Komm on, die Zentrale steht. Sehr gut. Ahol, er kommt. Sehr schön. Wir pushen die beiden. Bombenteppich hier rein. Oh, keine Kommandozentrale haben wir mehr. Das ist richtig bitter. Wir brauchen jetzt ganz schnell, brauchen wir einen Bulldozer und zwar mehrere. Die ringen uns hier richtig nieder. Hier ist alles weggeflogen. Nächste Atombombe. Wo fliegt die hin? Zu uns? Das wäre schlecht. Hier oben haben wir noch eine Kommandozentrale. Okay. Ja. Die geht direkt in unsere Basis rein. Wir müssen uns ganz schnell wieder aufbauen. Aber ganz, ganz schnell. Jetzt kommt noch Artilleriebeschuss. Die wollen uns wirklich testen. Merkt ihr das? Die haben richtig Bock. Der General ist in Bedrängnis. In arger Bedrängnis. Artilleriebeschuss auf seine Kraftwerke. Sehr gut. Okay. Kohle haben wir. Wir müssen Panzer produzieren. Panzer. Mehr Panzer. Arketen-Männer brauchen wir auch 1000 Stück am besten. So viele, die wir das ganze Spiel noch nicht gebaut haben. Da kommt seine nächste Armee. Ghosty möchte mich jetzt komplett rausnehmen. Den Angriff werden wir wahrscheinlich ganz schwer abgewehrt bekommen. Wenn überhaupt. Wenn überhaupt. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Nimm sie raus. Wir müssen angreifen. Wir brauchen die Geldkiste. Wir brauchen erstmal ein Nachschublager. Sonst können wir keine Dingens mehr produzieren. Wir brauchen mehr Mix. Wir müssen die abwehren. Komm, 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 komm. Und wir brauchen mehr Webzentren für Kohle. Und ihr seht, hier geht es richtig zur Sache. Und da kommen wieder die A-10. Und die gehen natürlich voll in unsere Ökonomie rein. Da kommt auch noch der Bombenteppich. Der bronst ja auch nochmal richtig durch. Wir brauchen eine neue Kaserne, die ist weggeflogen. Okay, wenn Ghost hier nochmal angreift, schmeißen wir da mal ein paar Minen hin. Und da hat er wieder eine neue Armee. Da muss unser Bombenteppich rein. Und... Sehr schön. Solider Treffer haben wir gut Damage gemacht. Ganz, ganz richtig und wichtig. Da kommt die... Benzinbombe. Da brauchen wir erstmal ein paar Bunker hier und zwar ganz, ganz schnell. Die müssen wir voll machen. Also wenn wir das noch gewinnen, puh. Da würde ich mich wirklich umgucken, wenn wir hier noch eine Chance haben. Ich sage, der Ghostie, der hat schon wieder die nächsten 30 Overlords, Imperors, wie auch immer. Apokalypse-Panzer. Und wir krebsen hier rum auf dem Zahnfleisch. Das mache ich euch so, wie es ist. Wir brauchen mehr Kohle, mehr Nachschublager. Mehr Webzentren, wir brauchen alles. Keine Kohle mehr. Rein in die Bunker, los. Propagandaturm für Heilung. Gatling-Turm gegen Infanteristen. Rein mit euch. Und da unten kommt der nächste Angriff von Ghostie mit seinen 20 Ampere-Rohrs. Die kriegen wir nicht mehr aufgehalten. Keine Chance. Schaffen wir nicht. Sie kommen, sie kommen. Bunker hin. Komm schon, komm schon, komm schon. Bunker. Und Raketenbänner. Rein in den Bunker, los. Rein in den Bunker. Oh, da kommt der nächste Luftangriff. Bomben-Teppich. Schießt clever die Bunker raus. Haben seine Armee wieder abgewehrt. Sehr gut. Jetzt kommt wieder der nächste Angriff von Mistress. Wir müssen nicht die Möglichkeit weiter anzugreifen. Wir müssen die Bunker voll machen. Atomrakete, die wird uns auch wieder voll auf den Latz fliegen. Das sage ich euch so, wie es ist. Wo kommt sie rein? Da kommt sie rein. Das ist wirklich die totale Eskalation hier. Bunker voll machen. Rein da. Alle in die Bunker rein. Kommt wieder der A10. So, jetzt müssen wir uns noch ein bisschen aufdecken hier. Da kommen schon die Nächsten. Ja, sind sie. Jawohl. Er greift hier in Dauerproduktion, greift er uns an. Er lässt uns keine Ruhe mehr. Ja, Ghostie. Er denkt sich so, nö, nö, nö. Dich lassen wir nicht mehr aufbauen, mein Junge. Dich greife ich dauerhaft an. Dich nehme ich raus. Overlords in Dauerproduktion. Aber die werden wir ab mit unseren Raketenländern. Haben wir gar kein Problem mit. Nehmen wir alle raus. Jawohl. Kills for free, baby. Kills for free. Sehr gut. Fantastisch. Theoretisch möchte ich meinen Stützpunkt ein bisschen vergrößern. Ist mir alles ein bisschen zu klein hier. Hm, hier hin die Minen. Versuchen wir jetzt, seine Kommandozentrale rauszunehmen. Gucken wir mal, ob uns das gelingt. Die haben eine Riesenarmee. Ah, wirklich eine Riesenarmee mit ganz vielen Raketensoldaten. Wenn die reinkommen, dann ist Feierabend. Dann ist Schicht im Schacht. Dann ist wirklich Schicht im Schacht. Wenn Mistress uns jetzt gleich angreift. Ist schon ein Handicap-Match. Mistress und Ghost, die sind wahrscheinlich die letzten beiden Überlebenden, wie es aussieht. Ich weiß es nicht. Ich kann es schwer einschätzen. Viking und Mephi sind besiegt. Und Ghost und Mistress machen jetzt nur uns platt. Das ist ein Handicap-Match. Die haben sich richtig auf uns eingeschossen. Und die besprechen gerade ihre Schlachtpläne im Discord. Wie sie mich jetzt gleich gemeinsam gleichzeitig angreifen werden. Das verspreche ich euch. Genau alles, was die beiden haben, kommt nur in mein Gesicht. Aber damit komme ich klar. Ich werde euch zeigen, wo der Hammer hängt. Und zwar im Flur, ganz oben. Da kommt ihr nicht ran. Da braucht ihr eine Treppe für. Alles reparieren. Kommt seine nächste Armee. Schönen Bunker bauen, Bunker bauen. Jetzt hat er Gettlings auf seinen Geschützen drauf. Und rausnehmen. Komm schon, komm schon, komm schon. Sehr gut. Kommt seinen Luftangriff. Napalm. Und wir brauchen mehr Raketenmänner. Immer ganz, ganz schnell. Eine Waffenfabrik ist rausgeflogen. Oh, jetzt bricht er hier durch. Wir haben nicht mehr viel zum Gegensetzen. Wir haben nicht mehr viel, mit dem wir uns hier wehren können. Ich gebe alles. Ich versuche es wirklich. Ich versuche es wirklich noch zu halten. Aber das wird eine richtig schwere Nuss jetzt. Ich baue, was das Zeug hält. Ich hole noch Kasernen. Komm, komm, komm. Die Panzer sind so schnell. Die Panzer sind so schnell. Die sind so mobil. Unsere Einheiten sind zu langsam, bis die unten sind. Oh, oh, oh. Jetzt nimmt er uns rechts alles raus. Komm, ihr müsst runter. Ihr müsst runter. Ihr müsst runter. Los, 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 los. Und der hat eine Gatling oben drauf. Der muss weg. Sehr gut. Weiter, weiter, weiter. Keine Waffenfabriken haben wir mehr. Oh, direkt wieder zwei nach. Unsere Energie ist niedrig. Und er greift weiterhin an. Wir verlieren alles. Wir brauchen einen Bulldozer. Wir müssen uns wieder vergrößern. Und mehr Energie, Energie, Energie brauchen wir. Aber ganz, ganz schnell. Kommt der nächste Angriff. Ein Bombenteppich wahrscheinlich. Jo, den schmeißt er hier hinten rein. Und da oben, was ist das hier? Minen. Und Atomrakete ist ebenfalls gezündet. Rons, da oben pfeffert es die Atomrakete rein. Okay. Hier kommen wir. Das ist die Mutter aller Bomben gewesen. Unsere Abwehrstellungen sind weg. Und jetzt wird wahrscheinlich Mistress hier angreifen. Er wird jetzt durchsprechen. Wir brauchen wieder ein Nachschublager, ein neues. Ich hole einen Bulldozer raus. Ich versuche jetzt unten rechts in der Ecke einen Stützpunkt hochzuziehen. Wir fahren ganz unten nach rechts runter. Komm, komm, komm. Wir müssen uns woanders aufbauen, wo sie nicht damit rechnen, dass wir uns dort befinden. Das ist ganz, ganz wichtig. Jetzt kommen sie mit Gatlings. Jetzt kommt der nächste Angriff von Viking, von Ghosty. Wir haben noch keine neuen Panzer. Wir haben noch nichts. Das wird jetzt unglaublich schwierig abzuwehren. Wir versuchen uns hier unten nochmal aufzubauen. Aber ich bin skeptisch, dass wir das schaffen. Unser Bombenteppich muss hier rein. Unsere Mühlen müssen hier rein. Hier muss alles rein. Das ist die letzte Chance, die wir haben. Was war's, das? Da kommen unsere Special Abilities. Aber das ist eine riesengroße Armee. Das ist wirklich eine unglaubliche Impero-Armee, die wir hier sehen. Die werde ich nicht mehr abgewehrt bekommen. Wir brauchen eine Kommandozentrale. Schnell. Wir brauchen eine große Pläne. Wir brauchen eine große Pläne. Schnell, schnell, schnell. Jawohl. Ich kann nur noch auf Zeit spielen. Und da kommt Mistress. Und greift mich ebenfalls an. Er kommt rein. Komm, ich booste seine Einheiten. Ah, funktioniert gar nicht. Jetzt können wir nur noch auf Zeit spielen. Jetzt müssen wir versuchen, uns hier unten wieder aufzubauen. Das war ganz, ganz schnell. Komm, bau, 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 bau. In der Hoffnung, dass die sich dann gegenseitig angreifen und wir hier noch eine Chance haben. Wie eine Art zweites Leben. Ich hoffe, dass das funktioniert. Mal schauen, ob das klappt. Jetzt werden wir richtig auseinandergenommen. Also, wenn das kein Two vs. One war, dann weiß ich nicht, was Two vs. One bedeutet. Richtig, richtig mies. Jetzt drehen sie sogar ab und greifen sich nicht gegenseitig an. Sie drehen ab. Sie haben den Feind General Ricky eliminiert. Wir haben vergessen, dass es eigentlich ein jeder gegen jeden Match ist. Ei, 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 da werde ich gleich mal ein ernstes Württchen mit euch reden nach der Runde. Ho, ho, ho. Das ist schon ziemlich offensichtlich, dass hier geteamt wurde. Ei, 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 ei. Schreibt es mal in die Kommentare. Was haltet ihr davon? War das Match fair oder war das Match etwas unausgeglichen? Mit leichtem, ganz, ganz minimalen Hand in eine, in eine unfaire Richtung. Könnt ihr ja gerne mal euer Feedback in den Kommentaren abgeben. Würde ich mich riesig freuen, was ihr davon haltet. Fandt ihr das Match mega gut? Sagt ihr eher, hm, nee. Weil, äh, Ghostie und Mistress sollten erstmal nicht mehr mitspielen. Die kriegen Arrest. Könnt ihr mir mal so reinschreiben. Jetzt versuchen wir hier nochmal eine zweite Luft zu schnappen. Okay. Naja, so viel können wir noch nicht bauen. Wir müssten erstmal auf Propaganda-Zentrale gehen. Und dann müssten wir wieder ganz, ganz schnell auf unsere Web-Zentren gehen. In der Hoffnung, dass wir erstmal unsere Ruhe haben. In einer Minute ist die Atomrakete wieder fertig. Also, der Mistress kommt mit massenhaft Paladinen und Raketenmännern. Ein paar Comanjis sind ebenfalls dabei. Der Ghostie kommt mit massenhaft Imperor und Gatling-Panzern. Mhm. Ja, wir brauchen eine ordentliche Armee. Sonst haben wir keinerlei Chance gegen die. So viel steht fest. Aber die Frage ist, wenn wir jetzt entdeckt werden, dann ist Schluss mit lustig. Dann war's das. Artillerieschlag kommt. Ist die Frage, wo der reinpratzt. Ich würde eigentlich fast schon versuchen, nochmal irgendwo Fuß zu fassen. Theoretisch brauchen wir mehr Kohle, Kohle, Kohle. Hier haben wir noch ein bisschen was zum Sammeln. Eine zweite Kommando-Zentrale wäre nicht verkehrt. Und die nächste Putze brauchen wir jetzt. Atomrakete ist fertig. Atomrakete ist abgefeuert. Wo geht die rein? Es scheint so, als hätten sie mich bisher noch nicht entdeckt. Aber die riechen wahrscheinlich den Braten. Die wissen, dass ich mich irgendwo neu aufbaue. Wer war hier unten? Ist hier noch jemand? Komm, deck auf, deck auf, deck auf. Da unten ist keiner mehr. Okay. Hier können wir eine neue Kommando-Zentrale reinsetzen. Ganz unauffällig. Minen könnten wir abwerfen. Ich würde sie aber so abwerfen, dass wir vielleicht nicht unseren Flieger sehen. Mal gucken, ob das so klappt. Wo kommt unser Flieger? Da kommt er. Das ist gut. Er fliegt dann nach hier oben weg. Sollten sie erstmal nicht realisieren, wo ich mich wieder aufgebaut habe. Sehr gut. Okay. Los geht's. Mehr Webzentren, mehr Webzentren. Hier können wir dann wirklich nochmal ein Nachschublager hochziehen. Wie viel Kohle ist hier noch drin? 2.400. 2.400. Auf beiden. 5.000. Das lohnt sich. Das machen wir. Wir brauchen ein neues Radar. Wie bekomme ich wieder Radar? Das frage ich mich im Moment. Wir brauchen ein neues Radar. Wir brauchen ein neues Radar. Wir brauchen eine neue Bombe. Wir stellen uns mal hier unten links an den Strand. Kann er sich ein bisschen entspannen und sein Leben genießen. Ich möchte ungerne aufdecken, sage ich euch so wie es ist. Ich glaube, das wäre jetzt ein ganz, ganz großer Fehler, wenn wir uns zeigen. Wir müssen uns wie so ein kleines Mäuschen erstmal verstecken. Defensiv sein. Wir brauchen Emperors. Die Mix haben mich nicht überzeugt. Das sparen wir uns. Wir brauchen Gatling-Panzer, definitiv. Naja. Und vielleicht noch ein paar Battlemaster mit Autolader. Drei Schuss hintereinander. Das sieht schon gut aus. Langsam bekommen wir Kohle rein. Sehr schön. Langsam aber sicher. Ich gehe jetzt auch nicht auf Abwehrstellung oder ähnliches. Das reicht erstmal, was wir hier haben. Sondern wir gehen wirklich auf Einheiten. Einheiten en masse. Das ist das, was wir brauchen. Dann brauchen wir theoretisch noch ein Raketensilo für unsere Impero-Upgrades. Wenn ich mich recht entsinne, hat der Panzer-General, hat auch Uran-Granaten und diesen Speed, dieses Speed-Upgrade. Und das brauchen wir. Nochmal zwei Stück. Unsere EMP-Granate haben wir auch noch. Für was anderes könnten wir nicht noch mal nehmen. Napalm-Angriff, Bombenteppich, EMP. Ein Boost für unsere Einheiten. Nuklear-Geschütze wäre auch noch gut. Ja, das Nuklear-Geschütz wäre sehr, sehr gut. Wo finde ich denn das Nuklear-Geschütz? Wo holen wir denn das raus? Nuklear-Geschütze sehe ich hier gar nicht. Fehlt das noch? Ist das noch nicht implementiert? Das wäre schlecht. Weil die brauchen wir. Wir brauchen ja noch eine Kommando-Zentrale. So ganz unauffällig. Und eine dritte Kommando-Zentrale. Komm. Bau die hin, trau dich. Das ist unser Haus am See. Herrlich. Artillerie-Angriff. Okay. Es ist nur aufpassen, dass die LKWs da nicht irgendwo hinfahren und unsere Position verraten. Das wäre sehr, sehr unglücklich. Noch eine Waffenfabrik. Jetzt fangen wir an, die Imperos zu züchten. Ohne Ende. Los, los, los. Noch mehr Kohle. Noch ein bisschen mehr Energie. Noch ein Webzentrum. Jawohl. Da ist unser erster Impero. Der passt nicht mal richtig aus der Tür raus. So dick ist der gute Mann. Oh, ho, ho, ho. Er lässt es sich richtig schmecken. Ein paar Outposts wären auch gut, würde ich sagen. Wir versuchen es. Zu wenig Kohle haben wir. Atomrakete kommt, aber nicht zu uns rein, oder? Nicht zu uns rein. Mistress und Ghost, die müssen sich doch jetzt einen Kampf bieten. Uns können sie doch nicht mehr auf dem Kicker haben. Das kann nicht sein. Mehr Kohle, mehr Kohle. Wie viel haben wir denn jetzt? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn. Vierzehn Stück haben wir gleich. Wir brauchen fünfzehn. Komm. Fünfzehn. Okay. Naja, wir haben gleich nichts mehr zu sammeln, ne? Links ist leer. Ist eigentlich leer. Du kannst trotzdem noch sammeln. Wirklich? Dann können wir ja noch einen Truck bauen. Oh, ein Sammeltruck. Wie viel bringst du nach Hause? Oh. Hat er was nach Hause gebracht? Wie viel denn? Bringt ihr wirklich was nach Hause? Dann baue ich noch einen. Mehr Kohle. Kohle, 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 Kohle. Du sammelst hier. Komm, dann baue ich hier auch noch einen. Die sammeln schon. So 1800 haben wir unten rechts noch stehen. Und hier steht erschöpft, aber er sammelt da weiterhin. Das ist sehr interessant. Na dann? Lassen wir sammeln. Na dann lassen wir natürlich sammeln. Konstruktion komplette. Konstruktion komplette. Jetzt müssten wir 18 Webzentren haben. 18 Stück. Jetzt sollte doch Kohle reinkommen ohne Ende. Wir holen hier 99 Amperro raus. Ja. Kohle steigt weiterhin. Hier auch nochmal. Komm, 99. Sehr schön. Kohle steigt weiterhin. So muss es sein. Mehr Webzentren. Mehr Webzentren. Und noch ein Kraftwerk. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Jawohl, wir sind ready. Aber sowas von. Mehr Kohle. Wenn General Ricky 10 Minuten Ruhe hat, dann züchtet der eine Armee wie kein zweiter. Was ist mit dir los? Legst du was auf, ja? Was ist denn los mit dir? Hör doch mal auf damit. Das macht mich ganz köche. Kohle. Wir haben uns wieder sehr, sehr gut aufgebaut. Kohle steigt. Also wenn zwei Waffenfabriken mit zwei Amperro-Produktionen laufen, steigt unser Geld bisher. Das ist sehr gut. Wir brauchen mehr. Mehr, 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 mehr. Mehr. Wir brauchen gleich noch eine dritte Waffenfabrik. Waffenfabrik für unsere dritte Amperro-Produktion. Jawohl. Komm, baut, baut, baut. Rache ist Blutwurst. Oh. Unsere eigenen Minen. Nicht so schlimm. Wir haben neue Minen. Dragon 2, unabhängig. Sehr gut. Web-Zentren stehen. Ja, braucht mehr Kohle. Wir brauchen mehr Kohle. Ist in Ordnung. Schön. Hab schon gedacht, da oben kommt ein Angriff. Ist mir ganz kurz anders geworden. Und dritte Amperro-Produktion. Oder nein. Pustekuchen. Dritte Produktion, aber diesmal von Battlemastern. Los geht's. Boah, ich bin ready, Baby. Diesmal werden sie uns nicht mehr aufhalten. Never. Ihr habt mich einmal niedergerungen. Ein zweites Mal wird es euch nicht gelingen. Denn jetzt ist meine Time to shine. Wow. Was für ein Stützpunkt wir hochgezogen haben. In wie vielen Minuten waren das jetzt? Zehn Minuten Ruhe? Fünfzehn Minuten Ruhe? Okay. Aber warum habe ich keine... Kein Radar mehr? Das verstehe ich gerade noch nicht. Propaganda-Zentrale? Brauchen wir das? Haben wir doch. Wir haben doch alles. Wir haben auch Energie en masse. Verstehe es nicht. Was brauchen wir für Radar? Jetzt kommen sie. Er hat uns entdeckt. EMP rein. Los geht's. Mistress ist auf die Suche gegangen. Und hat unseren neuen Stützpunkt gefunden. Jetzt muss er mehr als geschockt sein. EMP-Granate rein da. Und Angriff. Nehmt sie auseinander. Los. Jetzt traut er seinen Augen nicht. Hahaha. Aber du kannst deinen Augen trauen, mein Lieber. Du kannst deinen Augen trauen. Jetzt kommen seine Angriffe. Jetzt geht's los hier. Er kommt mit allem. Und ich frage mich, ob Ghostie niedergerungen ist. Das frage ich mich wirklich. Jetzt bauen wir Abwehr. Noch eine Waffenfabrik. Je mehr, desto besser. Nehmt die Raketenmänner raus. Los. Sehr schön. Panzerproduktion laufen. Hier holen wir Gatling-Panzer an Mass raus. 99 Gatlings. 99 Battlemaster. 99 Imperors. Los geht's. Wir rücken vor. Wir gehen in die Mitte. Jetzt ist unsere Tarnung sowieso aufgeflogen. Jetzt können wir los. Und unsere Kohle steigt weiterhin. Genauso muss das aussehen. Jetzt rollt der Rubel. Jetzt brauche ich meinen Raketensilo. Das ist in Ordnung. Ja, komm mit seiner Benzinbombe und mit seiner Mutter aller Bomben. Weißt du was? Das juckt mich nicht. Ich baue das Doppelte wieder nach. Kein Problem. Aha, die Mitte ist wieder clean. Alles klar. Ist Ghostie wirklich niedergerungen? Ist er wirklich rausgenommen? Lass uns gucken. Jawohl, es ist Mistress vs. General Ricky. Okay. Wir gehen hoch. Wir erobern jetzt die Mitte. Hier gibt's nämlich noch was Leckeres zu sammeln. Und jetzt hat er das Wespennest angestochen. Und die Wespen, die kommen. Die wollen stechen. Weißt du, was wir uns jetzt für Spaß machen? Flugfeld. 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 Jetzt drehen wir richtig auf. Er dreht ab. Wir drehen auf. Hast du da nicht durch? Na komm, hier, bitte. Geht's besser? Ah, sehr gut, sehr gut. Zitterst immer noch, brauchst nicht zittern. Alles gut. Keine Verwarnung. Du darfst weiter arbeiten. Oh, Mistress, dann zeig mir mal, was du hast. Hast du gegen meine dezenten Armee auszurichten. Zeig es mir. Mix ohne Ende. Helix, komm. Wir brauchen mehr Flugfelder. Wo wird unsere Basis angegriffen? Wo? Hier drüben. Aha. Das ist in Ordnung. Dann komm mal mit deinen Comanjis. Wir bauen weitere. Amando Zentralen. Keine Kohle mehr. Wir müssen rein. Es ist soweit. Wir müssen angreifen. Los geht's. Rein hier. Angriff. Rollt. Erster Gang. Und Bleifuß. Yo. Rein da. Wir brechen durch seinen Abwehrgürtel durch. Und zwar mit nem Lächeln. Rein da. Hier nimmt er uns auch ordentlich was raus. Bombenteppich. Artillerie. Minen. Flammenangriff. Komm her. Jetzt kommt mal meine Armee hier. Wir lachen über deinen lächerlichen Bombenteppich. Die Armee stoppst du nicht mehr, mein lieber Mistress. Never ever. Schön viele Abwurfzonen. Sieht ja fast so gut aus wie bei mir. Nimm sie raus. Los. Bringt ihn nieder. Was ist das denn hier? Was etwa noch? Crusader-Panzer? Wer baut denn noch die schmächtigen Crusader-Panzer? Mit denen jagst du mir keine Angst ein. Nehmt hier oben alles raus. Jawoll. Sehr gut. Weiter, weiter, weiter. Noch mehr Panzer von dir. Aber dein Stützpunkt ist nur noch Staub und Asche. Hier ist nichts mehr übrig. Runter hier. Was für eine gigantische Runde. Was für ein Mensch. Ich habe wirklich nicht gedacht, dass ich noch die Zeit bekomme, dass wir uns nochmal so schön aufbauen können. Sie haben wirklich gedacht, sie haben uns eliminiert. Aber wir, so clever und pfiffig wie wir sind, haben wir uns natürlich mit einem Bulli gerettet. An die Startposition von Viking sind wir runter und haben uns dort nochmal komplett neu aufgebaut. Komm, nehmt die Abwehrstellungen raus. Los, auch wenn es schön aussieht, weg damit. Sehr gut. Wie sieht es hier unten in unserer Basis aus? Hier kommen sie auch rein. Hier müssen wir abwehren. Los, abwehren. Mit Helix. Angriff. Los. Wir wehren sie ab. Sehr schön. Gegen Luft haben sie nichts mit dabei. Ne, 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 ne. So leicht nimmst du unsere Mainbase nicht ein, mein Freund. Nur in deinen Träumen. Aber er hat wirklich eine unglaubliche Streitmacht hochgezogen. Das muss ich zugeben. Richtig solide. Er wird sich wahrscheinlich wundern. Wo hat der die ganze Kohle her? Ja. Ich war fleißig. Ich war richtig fleißig. Den nehmen wir natürlich noch raus. Komm. Pusht euch. Wo sind unsere Helix, wenn wir sie brauchen? Wo sind unsere Helix? Kommt ihr? Schneller, schneller, schneller. Nicht stehen bleiben, Mensch. Fliegen. Fliegt, 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 fliegt. Haben die eine Feuerkraft, die Raketenmänner. Ja, da küssen auch einige unserer Helix den Boden. So fichtet fest. Aber wir dominieren. Und rüber hier. Angriff. Flammenteppich auf seine letzte Waffenfabrik. Angriff. Oh, 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 oh. Das schmatzt. Jawohl. Feuersturm. Eine Kommandozentrale. Zwei Kommandozentralen. Mhm. Die Ölija brauchst du nicht mehr, oder? Nee. Nee, die kann raus. So. Mix. Angriff. Er baut wirklich noch Abwehrstellungen. Wehrt sich hier bis zum letzten Schuss. Hat sich schön ausgebreitet. Wie sieht's bei unserer Basis aus? Alles ruhig. Okay, perfekt. Guck mal, wie schön wir uns aufgebaut haben. Der Thunderstorm beginnt. Wir haben ordentlich Damage gemacht. Viel rausgeschossen. Los, rauf auf die Kommandozentrale. Wir genießen nochmal die schöne Grafik hier. Ah, komm, wir fliegen mit mit unseren Migd-Jagd-Bombern. Mhm. Angriff. Und wir machen den letzten finalen Klick. Seid ihr bereit? Für das Ende? Okay. Angriff. Sagt mir nicht, du hast noch einen Stützpunkt. Wo versteckst du dich? Wo bist du? Wir finden dich. Katz und Maus. Hier unten. Aha. Unsere Helix regeln das. 27 Stück sollten reichen, ha? Nehmt sie raus. Und da unten baut er sich erneut auf. Aber unsere Helixer verstehen keinen Spaß. Die denken sich, ne, ne, ne. Jetzt oder nö. Ich sage, jetzt. Rums. Steht denn der EMP-Patriette? Wo ist denn die? Wo ist denn die EMP-Patriette? Sehen die gar nicht. Muss natürlich raus. Rums. Oh, noch einen Stützpunkt. Sage mal. Kraftwerke stehen doch perfekt für unseren Luftgeber. Luftangriff. Und da kommt. Großer Vogel. Strike, Baby. G. 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 G.